Junge, du kommst hier mit Daten an, bin ich in MyAnimeListin zu Hause? Ähm, ich bin nicht die *** Familie ausgefingert, will ich da hin? Kannst du bitte, hallo, kannst du normal reden? Was hast du? Okay, Freunde, wir drehen hier ein Wer bittlich ohne Zettel. Im Pool. Im Pool, die Namen werden eingeblendet. Wir sind eigentlich immer noch auf der Convention, das ist so der Backstage-Backstage-Bereich. Wir haben alle einen Charakter zugewiesen bekommen. Einen extrem schönen Buddy. Okay, Dinger. Und wollen wir in die Reihe nachheffen mit Dennis und dann immer weiter? Okay. Dennis, hau deine Frage raus. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich aus einem Shonen-Anime? Nein. Okay, bin ich ein Mann? Nein. Nein. Bin ich ein Mann? Nein. Bin kein Mann? Nein, du bist kein Mann. Bin ich ein Mann? Nein. Bin ich ein Mann? Ja. Ja. Bin ich ein Hauptcharakter? Ein Hauptcharakter? Nicht der Hauptcharakter, sondern ein Hauptcharakter. Nein. Nein. Bin ich überhaupt in einem Anime? Ja. Ja. Ja, ihr hättet ja vielleicht so ein Löwen-Dingchen. Bin ich schwul? Weiß ich gar nicht. Nein. Nein. Es gibt bei Dota so einen schwulen Mann. Nein. Aber alle. Also bin ich eine Frau? Ja. Bin ich eine Frau, komme ich aus einem bekannten Anime? Ja. Ja. Okay. Ist das kein Anime The Big Three? Nein. Nein. Ist das ein Anime, der relativ neu ist? Nein. Okay. Bin ich kein Shonen-Anime? Nein, na warte mal. Du bist überhaupt nicht ein Anime-Anime. Du bist lebendig im Hype. Du bist ein Figur. Komme ich aus einem Shonen-Anime? Ach ja. Ja. Komme ich aus One Piece? Nein. Bin ich ein Hype-Anime? Ja. Ja. Bin ich älter als... Warte, wir haben 2021. Bin ich älter als sechs Jahre? 2050? Nein. Ist mein Anime in den letzten fünf Jahren aufgestaltet worden? Bin ich jemals im Hype gewesen? Ja. Ist mein Anime im letzten Jahr gelaufen? Ähm, ja. Ja. Würde Kuromo so ein Anime wie mich in ein Video reinnehmen? Nein. Der Typ hat doch gar keinen Geschmack. Bin ich aus dem E-Sakai? Nein. Nein, gar nicht. Kommen bei meinem Anime noch Folgen raus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich bin Shonen und eine Frau. One Piece ist es nicht. Also komme ich Jujutsu Kaisen? Ja. Bin ich die eine Perle mit der Pistole? Nein. Schade. Kämpfe ich? Ja. Ich kämpfe. Bin ich stark? Bin ich ein starker Charakter? Ja. Bin ich ein Gegner? Nein. Ist mein Anime beendet? Nein. Meiner ist zu Ende. Ja. 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 Und er ist ja auch keiner der neueren. Ist das ein Action-Anime? Ja. 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 Ich bin eine Frau. Das habe ich ja schon rausgefunden. Bin ich ein Protagonist? Nein. 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 Habe ich mein Anime selber geguckt? Kenn ich ihn? Ja. Bin ich so ein Edgy-Anime? Nein. Guckst du Edgy oder was? Bin ich die... Ich habe ihren Namen vergessen. Bin ich die Hauptdame aus Jujutsu Kaisen? Ja. 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 Okay, jetzt bin ich noch Moderator. Bin ich ein Anime aus dem Big Three? Nein. Ich bin Big Three. Big Three. Ihr habt mich richtig gefickt. Ihr habt mich aber auch gar nichts. Ich hatte auch gar nichts, Alter. Safe. Bin ich der größte Bastard? Ja. Und die Masaru-Leveling-Gears. Wird in meinem Anime gekämpft? Nein. Safe. Ich habe nicht geguckt. Ihr habt mich gekriegt. Nein, nein. Du hast geguckt. Du hast geguckt. Scheiße, Mann. Ich bin noch nicht aus einem der Big Three. Bin ich aus dem Edgy-Anime? Nein. Nein. Hast du, glaube ich, sogar schon mal gefragt. Bin ich einer der Big Three? Nein. Junge. Bin ich aus einem Isekai? Nein. Singt Mariko meine Openings? Nein. Sing mir nach. Nein. Ich hätte gedacht Dr. Stone. Bin ich aus einem Anime, der Romance beinhaltet? Nein. Nein. Feier ich diesen Anime selber? Nein. Bin ich älter als 2018? Junge, du kommst hier mit Daten an. Bin ich in MyAnime-Listration 2000? Ähm. Yeah. Älter als 2018. Bin ich aus Demon Slayer? Ja. Ich weiß ja, ich bin du Bastard. Ich bin Zenitsu. Ja. Ich weiß. Guck das andere Video, da war ja auch schon Zenitsu. Bin ich einer der Hauptcharaktere? Nein. Ja. 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 Ja, zwei. Ja. Ja. Oh scheiße. Das ist der Anime, den ich habe sehr beliebt? Ja. Ja. Sehr beliebt gewesen. Sehr beliebt. Habe ich in meinem Video erwähnt? Bestimmt. Nein, nein, nein. Ich helfe in irgendeinem Video. Ich habe ein paar Videos gesehen. Ich glaube nicht. Bin ich aus dem Drama? So Genre? Nein. Scheiße. Scheiße. Mag ich den? Ja. Hast du gesagt? Ob er ihn mag, ist anders. Okay, du hast ihn gesehen, aber ob du ihn magst, wissen wir nicht. Okay. Gibt es in meinem Anime übernatürliche Kräfte? Ja. Ja. Bin ich stark? Ja. Bin ich, aber bin ich auf der guten Seite? Ja. 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 Ja, schon. Bin ich aus einem Drama-Anime? Drama? Er hat schon Drama. Ja, doch. Doch, doch. Oh Jungs. Ist der Anime auch traurig? Ja. Was mich verwundert, dass er auf den Anime bis jetzt noch nicht gekommen ist. Ich weiß nur, es gibt Magie und der ist nicht neu. Magie haben wir nie gesagt. Übernatürliche Kräfte ist es jetzt. Ja. Du bist auf eine kleine Frage gestellt. Nein, nein, nein. Magie, nein. Halt deinen Maul. Das war nicht die Frage. Das war so ein... Dann nimm halt, okay? Komm, sollen wir beide ein Tipp gehen? Wir geben beide ein Tipp. Okay. Wir geben beide ein Tipp. Bei dir zählt das Team. Bei dir zählt das Team. Bei dir zählt das Opening. Und bei dir zählt das Opening. Bin ich aus Haikyuu? Ja. Ah, ihr ******. Bin ich Hinata? Nein. Bei mir zählt das Opening. Also das Opening ist sehr bekannt. Aber ihr seid kleine, was? Ich gebe dir noch einen Tipp. Guck mal, man weiß nicht, ob der Hauptstadt auch da gut oder böse ist. Ja, okay. Okay. Bin ich Mittelblocker? Ja. Ja. Bin ich Tsukishima? Ja. Ja. Okay. Sehr offen. Ich bin nass und Knie ist ein bisschen kalt. Vielleicht gewünscht ihr die Challenge danach. Ich bin nicht der Letzte. Oh oh. Ja, rochenloh. Okay, Freunde, wir drehen jetzt ab. Wir müssen uns jetzt trocken stehen. Ja, wir haben kein Handtuch. Wir haben kein Handtuch. Und das Wichtigste, checkt den Anime-Superstore ab für die nicesten Scheissachen, die ihr zu Hause haben wollt. Abonnieren, kommentieren, Maliks Arsch stimulieren. Bis zum nächsten Mal.